Ja hallo und willkommen zurück zu Try'n, hier ist wieder euer Grafus. So, die Ruinen haben wir das letzte Mal abgeschlossen, jetzt sind wir hier in so einer unterirdischen Mine oder was das jetzt sein soll, gelandet. Bin jetzt schon echt gespannt, wie es hier weitergeht, oh, die kann auch laufen, wenn der Boden gespannt ist, das ist gut. Ja, davon müssen wir gelocken. Okay, da geht es wahrscheinlich nach unten. Wahrscheinlich hier die einzige Möglichkeit. Oh! Durch den, durch den! So, dass da oben oben war, wa? Ja, bin echt schon gespannt, wie weit das hier noch geht, weil jetzt sind wir bald wirklich da im Kreis gelaufen. Und ja, bin echt schon gespannt. Okay, hallo. Ach, da kann man nicht durchgehen. Okay. So, nehmen wir einen rein, der kämpfen kann. Nee, 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 nee. Kämpf, kämpf, kämpf. Oh, ich hab schon gesehen, wollte das da wer verstecken von mir. Oh! Okay, ja, jetzt haben wir natürlich gleich den Schalter ausgelöst. Ha! Ha! Oh, saul. Ja, gewet. Mach ich nicht. Nein! Was ist los? Kommst du da nicht drauf? Ja, geh weg. Dein Freund ist schon drauf. Ich mach euch alle fertig. Was ist? Oh Mann, hängst du jetzt bei diesem Rad fort, oder was? Oh Mann, ich hab Lust, du bringst dich selbst um, Junge! Hör doch auf damit! Das kann ja nicht sein, dass du da jetzt dich selbst ermordet hast. Sooo... Ach, da drüben ist das. Ja, ich möchte das da auch haben. Das ist denn... Hier hat man hier keine Ruhe. Dann machen wir wieder Tarzan-Style. Juhu! Hier könnt ihr alle nix. Da drüben ist ein Tor. Okay, dann geht es auf. Hab ich aber jetzt hier auch schon gesehen. Okay... Ist da unten was? Sieht eher so aus, wenn da unten da totlauert, hm? Ach, verdammt! Ich wollte es so oft cool machen! Egal, das... Probieren wir gleich nochmal. Oh ja... Was soll noch einmal sagen, ich bin nicht gut. Ja, komm, brauche da! Ich habe es geholt! Es gehört mir! Und gleich der nächste schwächer Punkt! Oh oh! Was ist hier los? Ich weiß schon, wie das so entdeppt wird. Weg ist er! Ah! Erwischt mich nicht! Ui! Was sehe ich da oben? Da oben liegt was! Oh nein! Jetzt ist die Brücke kaputt! Le Brücke ist kaputt! Hallo? So, jetzt aber mal... Kann das hier nicht erstellt werden? Ja... Nochmal! Zack, zack, zack! Was mache ich gerade falsch? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Oh nein! Was ist das? Was muss ich da... Huibu! Das ist jetzt einfach ein bisschen krass Bissen herz. So als wenn seine Zauber hier nicht mehr bieten, ha? Oh oh! Wow! Wolltest mich hier aber wegreden, ha? Oh, ist das gemein! Ja, voll in die Fresse! Irgendwo ist hier einer gespawned. Komm zu mir! Ah, da! Oh, geht's dir jetzt besser? Hehehehe! Oh man! Was ist denn mit euch? Ach doch, wie so eine Kugel! Die euch da die Fresse poliert! Oh man, Jungs und Mädels! Lasst euch doch nicht so leicht umbringen! Der nächste, der sich opfert! Okay! So dass die Schau ducken könnt ihr euch nicht, oder? Ne! Oh, das wird dann auch für mich jetzt interessant werden, da rüber zu kommen. Und da der nächste, der jetzt stirbt. Und zack! Oh! Oh, er ist gut, er ist gut! Er hat's richtig her geschafft! Na ja, gut! Wie komme ich da ran? Oder kann ich das mit dem Hammer? Ne, kann ich nicht! Nein! Okay! Oh! Oh, hoch! Hoch! Bleibt es dann da? Ja! Oh man! Oh man! Oh man! Okay, nochmal so! Dreh es leicht! Hop! Da aufzudrehen! So! Da! Junge! Na ja! Na also, so will ich das! Irgendwie ist Wasser! Da ist irgendwas anderes! Da gehen wir auf nochmal sicher einfach! Och! Sag bloß, da kann ich mitfahren! Jeha! Oh man! Oh man! Wow! Oh der hat noch den Hammer drehen! Oh! Kommt das Lava! Da unten ist Lava! Ich kann dich sehen! Oh du schöne Lava! Sag, habt ihr das gesehen? Mit einem einzigen Schlag! Boah, heute sind wir mutig! Heute holen wir uns alles! Komm rauf! Yeah! Voll auf den Kopf! 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 Hau ich dir! War's das jetzt? Bevor ich jetzt nochmal drauf springe? Nein, natürlich nicht! Okay! Aber jetzt war's das, oder? Okay! Wenn nicht! Ich geh jetzt trotzdem weiter! So! So! Einen Moment! Was sehen denn meine Äuglein da drüben! Eine Kiste! Und das haben wir! Energiekugel gefunden! Oh! Die Energiekugel verleiht dem Träger mehr Energie! Erhöht die maximale Energie um 10%! Versteckt andere Energie Zauber! Uuuuuhhh! Uuuuhhh! 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 Hmmmmmm! Ich lasse das vorerst mal bei ihr! Und ich dann wieder mit den... Ähh... Feuerpfeilen schieße! Oh man! Hier kriegt alles zusammen! Och das ist wieder sowas! Uuuuhhh! Uuuuhhh! Hahaha! Idiot! Wärst du unten geblieben? Ich glaub ich geh da wirklich unten rum! Nein! Nein! Wieso? Ich sag dir doch ich geh da unten rum! Genau so wollte ich das! Na also! Jetzt kann ich wieder zaubern, der Junge! Ja, wir gehen da jetzt einfach so auf Nummer sicher! Hier! Oh man! Ohohohoho... Ohohohoho! Ohohohohoho! Ohohoho! Ohohohoho! 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 Ohohoho! Das stimmt mich gar nicht! Da muss ich jetzt hier rauf, hier rauf! Das kann nichts werden! Hm, wird das was? Oh, das wurde was! Ja, und dann kommt der Dritt auf den Maul! Yeah! Oh mein Gott, oh mein Gott, das wird immer gefährlicher! Das wird, dass man da nicht nach unten schauen kann, wenn man nach unten drückt oder so. Kann sich der das rüber holen? Sehr gut. Du bleibst eh da, okay. So, diese Kiste noch schnell holen. Und dann fahren wir mit dem Wagen rüber! Und? Fähigkeit, ach verdammt. Ja, das ist das Mausdinge im Weg! Was hast du bekommen? Ähm, Schwebeplattform. Beim Erlernen des Zaubers mit dem... Nochmal! Mit dem flüchtigen Feuerball entdeckte der Zauber, dass er eine dreieckige Schwebeplattform herbeizaubern kann. Diese Plattform kann Gewichte tragen und dient als Sprungbrett. Nächste Stufe. Für die hölzerne Oberfläche erlaubt es, der Dieben ihre Enterhaken in die Plattform zu schlagen. Nächste Stufe. Nächste Stufe. Nicht Taylor oder Streitende hat draußen, der die Gerai oder인 seinen Hinterk 35 dar foll? Nee, nicht bis zu 많이 mysteriaken. Beлюс fraud.